Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen vierten Coronomics Talk, der zum ersten Mal in diesem Jahr stattfindet. Unser letzter Coronomics Talk liegt rund drei Monate zurück. Eine Konstante blieb uns aber leider erhalten, der Lockdown. Mal leid, mal hart. Gleichwohl wollen wir heute einen Blick auf die Wirtschaft in der Süderelbe-Region werfen beziehungsweise auf eine entscheidende Voraussetzung für deren Funktionieren. Die Frage der Mobilität. Und zwar in, vor allem aber auch nach der Corona-Krise. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und vielleicht haben wir uns ja schon ein kleines Stammpublikum erarbeiten können. Ich sitze wiederum in unserem umfunktionierten Besprechungsraum im Harburger Binnenhafen und Sie können dieses Livestreaming über unseren YouTube-Kanal verfolgen. Mein Name ist Olaf Krüger. Ich bin Vorstand der Süderelbe AG und habe das Vergnügen, um Sie durch die nächsten rund 45 Minuten, die sicherlich wieder kurzweilig werden, zuführen. In gewohnter Weise habe ich mir heute Verstärkung geholt und darf wiederum zwei Gäste begrüßen. Wie gewöhnlich in diesen Zeiten virtuell. Zunächst freue ich mich, dass Senator Dr. Anders Tjaks, Präses der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende der Freien und Hansestadt Hamburg, so die vollständige Bezeichnung, unser Gast ist. Herr Tjaks, Sie sind der erste Senator der neu geschaffenen Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und bekleiden diese Aufgabe seit Juni 2020. Seit 2011 gehören Sie der hamburgischen Bürgerschaft an. Studiert haben Sie Englisch und Politik auf Lehramt, sich aber für den Weg in die Politik entschieden. Sie sind ein echter Hamburger Jung und bezeichnen sich selbst als passionierten Radfahrer. So ist Ihr erklärtes Klima- und umweltpolitisches Ziel auch die autoarme und fahrradfreundliche Stadt. Herr Tjaks, gestatten Sie mir vorab die Frage, nehmen Sie tatsächlich alle Termine mit dem Fahrrad wahr und wären Sie heute bei uns hier im Hamburger Süden, wären Sie auch mit dem Fahrrad gekommen? Ja, erstmal schönen guten Nachmittag, Herr Krüger. Ich freue mich total, hier zu sein. Und momentan ist das eher so, man nimmt die meisten Termine nur virtuell wahr. Sie haben es ja schon angesprochen. Sie sehen es ja auch an meinem Bildschirm, weiße Wand von zu Hause. Und in der Tat ist es aber so, wenn Sie sozusagen jetzt mal so ein bisschen in die, als der Lockdown noch nicht mal light war, sondern sozusagen im Sommer gar nicht da war, habe ich die Termine in Harburg auch mit dem Fahrrad wahrgenommen. Aber die S-Bahn, wenn sie fährt, ist auch super. Gut, auf die verschiedenen Verkehrsträger kommen wir gleich noch ausführlich zu sprechen. Ganz sicher. Zum Zweiten darf ich Hendrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG, begrüßen, der uns ebenfalls zugeschaltet ist. Herr Falk, Sie sind seit 2016 Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn und verantworten damit ziemlich viel davon, was in Hamburg auf Straße und Schiene rollt. Bevor Sie nach Hamburg kamen, waren Sie mehr als sechs Jahre Vorstand für Finanzen und Vertrieb der Berliner Verkehrsbetriebe, der BVG. Wobei Sie für diese bereits seit 2004 tätig waren. Ich unterstelle damit einmal im ÖPNV der beiden größten deutschen Städte, kennen Sie sich blendend aus. Sie sind gebürtige Berliner, studierter Jurist und wirken in verschiedenen Gremien auf nationaler und internationaler Ebene mit. Immer geht es dabei um Verkehr und Mobilität und auf die eine oder andere Tätigkeit und Funktion werden wir im Laufe des Gesprächs noch zurückkommen. Herr Falk, bei neuen Mobilitätsangeboten gilt Hamburg als Hauptstadt in Deutschland mittlerweile. Gibt es trotzdem etwas, was Ihnen in Berlin aktuell besser gefällt? Ja, also erstmal von meiner Seite herzlich willkommen. Kann ich momentan, ich überlege gerade, aber eigentlich fällt mir nichts ein, was mir gerade besser gefällt, weil ich schon wahrnehme, dass die beiden Städte, gerade was, weiß ich, Pop-up-Bike-Lanes unterwegs sind, was neue Mobilitätsformen angeht und ich inzwischen wahrscheinlich schon so subjektiv mit Hamburg verbunden bin, dass ich eher ein paar Hamburger Vorteile aufzählen könnte als jetzt Berliner Vorteile an der Stelle. Also was mir in Hamburg insbesondere, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, damit das nicht so in einer halb hohen Flughöhe bleibt, besonders gut gefällt, das ist schon ein Unterschied zu Berlin, ist, dass Hamburg, gerade was neue Mobilitätsformen angeht, deutlich offener aufgestellt ist. Also hier von Beginn an bewusst gesagt hat, wir wollen uns hier als Stadt präsentieren, wo die Anbieter ihre Chance haben, wo sie Geschäftsmodelle aufbauen können und wo sie sich Schritt für Schritt entwickeln können und da nehme ich doch in Berlin, auch bei all den Kontakten, die ich nach wie vor habe, schon durchaus politisch und inhaltlich ein anderes Klima wahr, weil man dort immer versucht, gleich die Dinge so einzubinden, dass sie auch Sinn machen und das macht oft Sinn, wenn ich aber noch gar nicht weiß, wo der genaue Sinn liegt und der sich entwickeln soll, dann ist es erstmal gut, vor allem unter Maßgabe von Geschäftsmodellen zu sagen, lass doch die Dinge sich mal entwickeln und dann schau mal, wo es hingeht. Und das macht Hamburg ehrlicherweise gerade besser. Also ansonsten fällt mir dazu nichts anderes ein gerade. Na wunderbar, also da steht das Hamburger Herz doch gleich ein bisschen höher. Wir greifen auch die Punkte noch auf. Also nochmal herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Gespräch und dass wir mit Ihnen vor allen Dingen einen Vertreter aus der Politik als auch aus der Praxis zu Gast haben. Wir wollen also heute über ein Thema sprechen, das im Grunde um 80 Millionen Menschen in diesem Land betrifft und umtreibt, nämlich Mobilität. Die Rahmenbedingungen, wenn wir sie mal ganz oben einordnen wollen, sind klar. 2015 einigten sich 197 Staaten in Paris auf Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase und eine maximale Temperaturerhöhung um zwei Grad. Um tatsächlich Klimaneutralität zu erreichen, müssen die Emissionen im Verkehr bis 2050 um 90 Prozent gesenkt werden. Alle Verkehrsträger werden zu dieser Verringerung beitragen müssen. Zur Info und by the way, in Hamburg fahren heute rund 800.000 Autos und seit 2011 ist diese Zahl nochmal um 11 Prozent gestiegen. Schauen wir auf die Wirklichkeit vor Corona hier bei uns vor Ort in der Süderelbe Region. So sahen wir verstopfte Straßen mit zahlreichen Baustellen, die nicht immer optimal koordiniert waren. Eine ÖPNV, der häufig an der Kapazitätsgrenze arbeitet und noch ziemlich wenig von der neuen Welt der Mobilität. Dann kam Corona und profitiert davon haben vor allem zwei Verkehrsträger. Neben dem Fahrrad eben auch das Auto, weil hier nun mal das Infektionsrisiko am geringsten ist. Sozusagen die Quarantäne auf vier Rädern. Zahlreiche Projekte und Initiativen sind aktuell in Hamburg gleichwohl aktiv. Es geht also um Alternativen zu unseren derzeitigen Mobilitätsgewohnheiten, die zudem erschwinglich und besser zugänglich sein müssen. Es geht um autonomes Fahren, den Ausbau von Radwegen, die Einsparung von CO2 sowie den Ausbau des ÖPNV. Und es geht um die Menschen und ihre Bereitschaft, neue Wege im Rahmen ihrer Mobilität zu gehen. Welche Projekte kommen in der Süderelbe Region nun an? Wie kann die Mobilität der Menschen in unserer Region erhalten bleiben, wenn die Elbbrücken saniert werden? Und wird es auf dem Land alternative Mobilitätsformen geben? Darüber möchten wir heute sprechen. Und bevor wir auf all diese Aspekte eingehen, möchte ich gern mit einem kurzen Satzergänzungsspiel starten. Drei Fragen, die ich jeweils an Sie beide berichten werde, mit der Bitte um eine wirklich kurze Antwort. Herr Therax, vielleicht mögen Sie den Anfang machen. Für die Mobilitätswende bedeutet die Corona-Krise? Eine große Chance, weil nämlich ein Aspekt zum Tragen kommt, der nicht häufig mitdiskutiert wird, nämlich dass wir auch einfach weniger Verkehr produzieren können, zum Beispiel durch Homeoffice. Herr Falk, die Corona-Krise bedeutet für die Mobilitätswende aus Ihrer Sicht? Chance und Risiko. Risiko, weil die Mittel, die zur Verfügung stehen, für alle Beteiligten nach vorne weniger werden. Chance, weil wir alle und vor allem die jüngere Generation, auf die es nach vorne ankommen wird, durch Corona sieht, dass manchmal Dinge, die man immer für abstrakt gehalten hat, viel, viel schneller passieren können von heute auf morgen, als eigentlich absehbar war. Und das wird uns in Richtung Diskussion über den Klimawandel sehr helfen, weil ihn auf einmal doch alle viel, viel ernster nehmen. Okay. Herr Therax, übernehmen Sie bitte wieder. Nachhaltige und intelligente Mobilität für die Metropolion Hamburg und die Süderelbe-Region bedeutet für mich, dass wir bei der S-Bahn deutlich besser werden müssen und sie in ihrer Vertaktung verbessern, beziehungsweise auch mit mehr Kapazität fahren. Das zweite Thema, dass wir den ÖPNV weiter ausbauen müssen, auch jenseits der S-Bahn, insbesondere auch mit in einer Art integrierten ÖPNV-On-Demand-Systemen, die sozusagen auch im ÖPNV fahren. Okay. Und Herr Falk? Also, um nicht das zu wiederholen, was Anis Therax gerade richtigerweise gesagt hat, würde ich sagen, dass dazu notwendig ist, dass sich in den nächsten Jahren Geschäftsmodelle für diese neuen Mobilitätsformen entwickeln müssen, die es Ihnen auch ermöglicht, nicht nur in der Innenstadt zu fahren, sondern auch in den Randbereichen, wozu ich die Süderelbe-Region zählen würde. Und wenn wir das schaffen und es aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht Sinn macht, dann lassen sich diese Konzepte, wie eben geschildert, viel, viel einfacher verwirklichen. Aber das ist genau der Prozess, in dem wir gerade sind. Okay. Und Herr Falk, machen Sie bitte gleich weiter. Die dritte Frage lautet, in zehn Jahren haben wir folgende Ziele erreicht und werden über die Corona-Krise sagen? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Wir haben deutlich weniger selbstbesessene Autos in Hamburg, einen deutlich besser ausgebauten ÖPNV und eine deutlich bessere Verzahnung zu neuen Mobilitätsformen, also eine wirkliche Alternative zum eigenen Pkw. Und werden der Corona-Krise dankbar sein, diese Notwendigkeit so richtig herausbefördert zu haben. Okay, danke. Und Herr Thiax? Also in zehn Jahren werden wir deutlich weiter sein mit der Mobilitätswende. Man wird deutlich was sehen, auch in Bezug auf diese beiden Projekte, die ich eben angesprochen habe. Das ist auch dringend nötig. Und es wird im Rückblick auf Corona sein, dass wir hoffentlich uns daran erinnern, dass es hinter diesen sehr großen Zahlen, 75.000 Tote haben wir ja momentan etwa in Deutschland, echte Menschen standen und nicht nur eine Zahl mit einer Biografie, mit einem Leben, mit Menschen, die darum getrauert haben. Und trotzdem, dass wir rückblickend sagen können, dass wir uns nicht nur an diese Menschen erinnern, sondern auch die Krise hinter uns gelassen haben werden, so wie wir viele andere Krisen dann auch hinter uns gelassen haben. Okay, das ist sicher richtig. Zum Thema Mobilität und Verkehr steckt in Ihren Antworten auch schon eine Menge drin. Bevor wir darauf jetzt konkreter eingehen, noch ein Hinweis an die Zuhörer, an die Monitoren. Wir haben eine Chatfunktion, wie die letzten Male auch. Liebe Teilnehmer, Sie können und dürfen gerne Fragen an unsere Gäste stellen. Wir werden diese bündeln und im Laufe unseres Gesprächs gerne aufgreifen. Ja, Herr Thiax, machen wir vielleicht mal gleich weiter. Ihre neue Behörde trägt das Programm im Namen, Mobilitätswende. Sie haben schon einige Ihrer Vorstellungen dazu eben kundgetan und geäußert. Aber was verbinden Sie damit konkret für die Stadt Hamburg, aber auch darüber hinaus für die Metropolregion und eben auch die Süderelbe-Region? Na, ich finde die Frage deswegen gut, weil ich glaube, dass wir die äußere Stadt und die Metropolregion in dieser Mobilitätswende ganz zentral mitdenken müssen. Und das bedeutet für mich, weil wenn Sie nochmal andersrum, wenn Sie sozusagen über die Mobilitätswende reden, dann wird die in der inneren Stadt, ich sage das jetzt mal so rein klassisch, weil das sich jeder vorstellen kann, irgendwie Ring 2 in Hamburg und auch der Kern von Hamburg. Das ist da, wo Sie sowieso eine Mehrheit für diese Themen haben. Aber wo Sie die Angebote machen müssen, das ist noch viel stärker in der äußeren Stadt. Und wenn wir darüber reden, dass wir den Hamburg-Takt entwickeln wollen, ist das ja ein Programm für die äußere Stadt. Es geht darum, dass wir sozusagen einen Fünf-Minuten-Takt haben, den ich sowieso an der Steinstraße und der Mönkebergstraße und in Altona habe, aber den ich nicht unbedingt in der Süderelbe-Region habe. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, dass das Programm Hamburg-Takt ein Programm dafür ist, die ganze Stadt mit in den Blick zu nehmen. Und es geht darüber hinaus, dass das Rathaus in Hamburg ist ja sich manchmal auch ein bisschen, sagen wir mal, dreht sich ja auch ein bisschen um sich selbst. Und es geht darum, auch in die Metropolregion zu gucken. Und die Leute wollen unglaublich gerne von uns erfahren, was sind eigentlich unsere Konzepte, um die Menschen aus der Metropolregion nach Hamburg und zurück zu bringen. Und da ist das ganze Potenzial. Wir haben 360.000 Einpendler, 150.000 Auspendler. Das sind zwar Vor-Corona-Zahlen, aber die beziehen sich auf jeden Tag. Und wenn die alle mit dem Auto fahren, dann wird das auch in der Stadt Hamburg mit der Metropolwende nicht so viel. Und deswegen wird einer der zentralen Punkte eben sein, wie man auch einen Bahnverkehr, das ist das Stichwort, die großen Doppeldecker-Züge nach Niedersachsen, in diesem Fall aber eben auch mit Nahes H entwickeln kann, wie man sozusagen die S-Bahn stärken kann. Man muss ja auch sagen, die S-Bahn nach Hamburg, die Erweiterung nach Buxtehue und Stade hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass die S-Bahn an ihrem eigenen Erfolg erstickt ist, weil die Leute sozusagen wirklich ja in Massen in diese S-Bahn zusätzlich geströmt haben. Das führt zu allen Folgeproblemen, die ich gar nicht kleinreden will. Aber das Projekt an und für sich ist ja ein Riesenerfolg. Und das Thema haben wir natürlich auch, wenn wir sozusagen in die Metropolregion kommen, mit allen weiteren Bahnstrecken. Und da müssen wir intensivst mit Niedersachsen reden, wie wir da mehr Bahnverkehr ermöglichen müssen oder können. Da haben wir Hausaufgaben zu machen als Stadt Hamburg, das ist ganz klar, aber eben auch Niedersachsen. Ja, okay. Sie sprechen damit ja auch unmittelbar die Infrastrukturfrage an. Infrastruktur kostet Geld, müsste aber nicht viel mehr passieren, aktuell schon. Ja, es müsste, also man muss dazu sagen, wir sind in vielen Fällen, werden wir eher damit konfrontiert, dass wir zu viel bauen. Sie haben ja das Thema Baustellen auch angesprochen. Der Grund, warum wir eine Baustellenkoordination haben, ist trotzdem niemandem genügt, weil sozusagen wir in Wahrheit viel zu viel Verkehr auf den zu kleinen Straßen haben oder die Straßen nicht größer gebaut werden können, weil die Stadt Hamburg und auch die Stadt Hamburg gebaut sind und zwischen den Häuserkanten jetzt einfach auch nicht mehr durchpasst, brauchen wir die Mobilitätswende. Und gleichzeitig ist es so, wir brauchen eigentlich noch viel mehr als das, weil wir haben zum einen einen Infrastrukturstau, einen Instandhaltungsstau. Harburger Autofahrer kennen das leidlich. Das ist das ganze Thema A7 und Elbtunnel. Aktuell wird gerade saniert die Hochstraße Elbmarsch, Deutschlands längste Autobahnbrücke. Und gleichzeitig werden wir in diesem Jahrzehnt angehen müssen, die A1-Brücke Süderelbe und Norderelbe. Wir werden das Thema Eisenbahnbrücke Süderelbe und Norderelbe machen und zwar nicht, weil wir Infrastruktur ausbauen, sondern weil wir den Instandhaltungsstau aufheben müssen. Und gleichzeitig brauchen wir mehr Infrastruktur und zwar insbesondere Bahninfrastruktur in Richtung Niedersachsen und wir brauchen mehr Fahrplanstabilität nach Harburg für die S-Bahn. Ja, okay. Ich komme da gleich darauf zurück. Ich möchte aber zunächst auch noch eine Frage an Herrn Falk richten zum Thema Mobilitätswende, nämlich. Herr Falk, wie sieht der Beitrag oder wie kann der Beitrag der Hamburger Hochbahn denn zur Mobilitätswende konkret aussehen? Ein Stichwort ist ja schon gefallen mit dem Hamburg-Takt erklärtes und großes Ziel. Und was ist dann im Vergleich zur Vergangenheit vielleicht neu dabei? Was für Innovationen können wir seitens der Hamburger Hochbahn erwarten? Ja, man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Jetzt auch auf Basis dessen, was Agnes Tjax gerade sagte, muss man sich vergegenwärtigen, dass wir, glaube ich, allseits anerkannt in Hamburg ja durchaus einen guten ÖPNV haben. Die Erkenntnis vor zwei Jahren nunmehr war aber ehrlicherweise die, wenn ich jetzt mal erst mal in Hamburg bleibe, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg und auch in der Hochbahn. Das sind ja durchaus Erkenntnisse, die auch einem stolzen Unternehmen wie der Hochbahn nicht so leicht fallen, dass man sagen muss, dass wenn wir mit der Qualität und in dem Tempo weitermachen, wie wir es die letzten zehn Jahre gemacht haben, werden wir keine Mobilitätswende schaffen. So, und das, weil Sie fragen ja nach der Hochbahn, dass für die Hochbahn eine Erkenntnis, die nicht so einfach ist, weil man ja sagt, also wir sind doch eigentlich ganz toll, wir haben eine ganz tolle Qualität, wir haben einen ganz hohen Kostendeckungsgrad, also wir haben ganz viele Dinge, die man so jetzt auf die Tisch packen könnte und sagen könnte, wir sind ein tolles Verkehrsunternehmen. Und auf der Basis war aber die Erkenntnis für die Hochbahn, und das ist ja Ihre Frage als erste, zu sagen, wir müssen uns über den Horizont der Hochbahn hinaus damit beschäftigen und sagen, was bedeutet denn überhaupt Mobilitätswende? Wenn ich jetzt vor allen Dingen mal gesamtsystemisch raufschaue und da erkennt man, und das können wir als Hochbahn natürlich noch ein bisschen einfacher formulieren, fällt uns aber auch immer nicht ganz leicht, dass es nur zusammengeht. Das heißt, es hilft überhaupt nichts, jetzt nur die Hochbahn auszubauen, sondern Sie müssen ein Gesamtsystem ausbauen und Sie müssen, das kann ich immer nur wieder nochmal betonen, müssen Sie sagen, ob das verständlich ist, sage ich ganz besonders, weil das natürlich in der heutigen Zeit auch noch nicht so greifbar ist, indem Sie nur den ÖPNV ausbauen, wird man auch keine Mobilitätswende schaffen, weil Sie können natürlich mit dem ÖPNV gewisse Dinge noch erreichen, aber viele Dinge können Sie mit dem ÖPNV, der eine gewisse Starrheit in sich hat, von der ganzen Systeme her, natürlich nicht erreichen. Und da kommt ja die große Chance her, eine wirkliche Alternative für den eigenen Pkw über diese neuen Mobilitätsformen, die ja viel, viel näher am Pkw dran sind, aber sich dadurch auszeichnen, dass Sie eben eigentlich doch auch ÖPNV sind, weil eben dieses Vehikel, mit dem man fährt, einem nicht selber gehören muss. So, und daraus kam die Schrittfolge zu sagen, wir müssen eigentlich nach vorne sowohl den ÖPNV ausbauen, wir müssen die neuen Mobilitätsformen ausbauen und wir müssen beides so verknüpfen, dass eine wirkliche Alternative für den eigenen Pkw entsteht. Und da spielt die Hochbahn natürlich eine wesentliche Rolle, weil beim Ausbau des ÖPNV bedeutet das für uns ganz klar, dass der Hamburg-Takt 50 Prozent mehr Fahrgäste beinhalten wird. So, und das heißt, wir müssen, wir gehen ja davon aus, wir haben momentan ungefähr eine Busflotte von 1000 Bussen oder mit der VAH zusammen, wenn ich das jetzt zusammennehme, sind es 1500 in Hamburg, dass wir ca. 700 mehr Busse brauchen. Um das hinzubekommen, 600 Haltestellen mehr. Und dass On-Demand gespickt mit autonomem Fahren notwendig ist, um eine Verknüpfung hinzubekommen, dass sie wirklich dieses System hinbekommen, was Agnes Tjax geschildert hat. Und nur darüber wird es gehen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die uns alle trägt, dass wir die Menschen nur dann überzeugen können, wenn sie sagen, okay, für viele Lebenssituationen brauche ich diesen eigenen Pkw gar nicht mehr. Ich muss ihn nicht selbst besitzen, sondern finde dafür das Angebot, was passt. Das kann man sich in vielen Regionen heute noch nicht vorstellen, aber genau da müssen wir hin. Und da ist die Hochbahn natürlich mittendrin mit großen Herausforderungen. Ja, wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, neue Mobilitätsangebote neben den klassischen Formen des ÖPNV. Da läuft ja auch einiges, zumindest in sogenannten Reallaboren. Bevor wir darauf eingehen, Herr Falk, zunächst nochmal die Frage an Herrn Tjax. Und das ist ja schon angeklungen, auch Mobilität in Stadt und Land. Zwei Seiten einer Medaille? Fragezeichen. Sie haben das ja schon deutlich gemacht. Es gibt große Unterschiede. Wo liegen die aus Ihrer Sicht der Gemeinsamkeiten? Und wie lösen wir diese Frage vielleicht ein Stück weit auf? Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Auto in ländlichen Räumen natürlich noch für sehr lange seine Berechtigung und bevorzugter Verkehrsträger sein wird, oder? Ja, das wird so sein. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass in den ländlichen Bereichen insbesondere auch die Antriebswende mit Wucht vorankommt. Ich meine, wir haben uns lange Zeit damit mit der Idee aufgehalten, dass Deutschland mal der Leitmarkt für Elektromobilität wird. Ich sage nur Stichwort eine Million E-Fahrzeuge bis 2020. Alles nicht erreicht worden. Aber ich prophezeie auch, dass wir mit, dass das jetzt mit Wucht passieren wird. Weil wenn so ein großer Konzern wie Volkswagen im Prinzip sagt, wir elektrifizieren uns komplett, dann wird das natürlich eine Konsequenz haben, wenn das Angebot sozusagen im Prinzip nur noch aus Elektroautos in, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahren besteht. Und das hat Folgen. Und das hat aber auch das Potenzial, Klimaziele im ländlichen Raum in einer ganz anderen Intensität auch zu erreichen, auch im Verkehr. Das zweite Thema ist, ich glaube, dass Stadt und Land, und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu betonen, und auch die Bundesländer, die Metropolregionen miteinander ganz stark zusammenarbeiten müssen in Verkehrsfragen, weil es natürlich sehr stark darum gehen wird, Angebote zu schaffen. Und die Angebote müssen natürlich darin bestehen, dass ganz massiv gefördert wird, die langlaufenden Autoverbindungen, die in die Stadt gehen, in die Bahn zu bekommen. Und das bedeutet, dass wir sozusagen erst mal einen Angebotsausbau brauchen bei der Regionalbahn, bei der S-Bahn. Und dass wir darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeiten brauchen, dass die Menschen dort ihr Auto oder auch ihr Fahrrad an den entsprechenden Bahnhaltestellen abstellen können. Um jetzt mal ein Beispiel ganz konkret zu machen, das ist jetzt das Thema Fahrrad, aber das ist auch auf dem Land in Ordnung und wird genutzt. Und in diesem Fall ist es jetzt ein Beispiel aus Harburg. Wir wollen ja an der Station Harburg, Hamburgs größte Fahrradstation mit 1200 Plätzen bauen. Und da sehen Sie, welches Potenzial da drinsteht. Das wäre ein Vielfaches teurer, wenn wir 1200 Autopartplätze bauen müssten. Und das kann man sich natürlich in ländlichen Regionen auch durchaus vorstellen. Also da gibt es eine ganze Menge Themen. Und das, was Herr Falk auch besprochen hat, dass die, sagen wir mal, die interessanten Neuerungen der Sharing-Ökonomie momentan bedauerlicherweise, sage ich mal, in der Kernstadt verfügbar sind, alle in etwas ähnlichen Bediengebieten, ist natürlich müßlich. Aber es geht natürlich darum, diese in Zukunft auch nutzbar zu machen für die Gebiete, die nicht so dicht besiedelt sind. Und das kann man, es braucht man kein Prophet zu sein, dass natürlich die Profitabilität von solchen Anbietern hängt natürlich massiv mit der Bevölkerungsdichte zusammen. Und wenn die abnimmt, nimmt auch die Profitabilität ab, beziehungsweise ist nicht mehr da, dass man sich als Staat oder als Staat auch überlegen muss, was investiert man dort gegebenenfalls auch. Also auch das sind Themen, über die man reden muss und die sozusagen sich in zehn Jahren die Mobilität auch auf dem Land deutlich verändert haben werden. Ja, dazu noch eine Nachfrage. Sie sprachen von den Bundesländern, den norddeutschen Bundesländern. Eine Frage von einer Zuhörerin aus dem Landkreis Harburg, die fragt, wie wäre es denn, wenn die Nordländer gemeinsam ein Bahninfrastrukturausprogramm beschließen würden? Ja, es ist ja so, dass sozusagen wir in einem ständigen und steten Austausch stehen. Es ist halt nur auch so, dass wir das natürlich nicht beeinflussen können. Also zum Beispiel hat sich Hamburg für den Bau damals einer anderen Trassenführung Richtung Hannover ausgesprochen, als der niedersächsische Landtag verfolgt. Und umgekehrt sagen die Niedersachsen nicht ganz zu Unrecht, könnt ihr nicht mehr Züge, Nahverkehrszüge nach Hamburg lassen. Und auch das würde ich gerne tun, aber muss gestehen, dass der Hamburger Hauptbahnhof schlicht und ergreifend voll ist und da keine weiteren Züge mehr reinpassen. Also wir deswegen auch Hausaufgaben zu tun haben. Und wenn wir das einmal erkennen und da versuche ich sozusagen auch mit dem Kollegen Altusmann die Gespräche darüber voranzutreiben, wenn wir das erkennen, dass wir da in einem Boot sitzen und auch eine andere Bahnplanung brauchen. Ich versuche das mal in zwei, drei Stichworten zu erläutern, weil die Bahnplanung in Deutschland seit längerer Zeit wirklich echt verbesserungsfähig ist. Das ist nämlich so, dass man früher einfach Einzelprojekte geplant hat und gar nicht so sehr geguckt hat, was nutzen die eigentlich. Und mit dem Deutschland-Takt wir endlich eine andere Bahnplanung bekommen haben, die nämlich sagt, wir gucken mal, was wir eigentlich wollen. Wir gucken mal, was wollen wir für Züge, die fahren wollen. Wir haben zum Beispiel das Ziel, wir wollen jetzt einen halben Stunden Takt zwischen Hamburg und Bremen und Hamburg und Hannover und Hamburg, so sage ich mal, alle in anderen Städten haben, dieser Republik. Und dann bauen wir die Infrastruktur entsprechend aus. Und das führt jetzt dazu, dass die Infrastrukturinvestitionen in die großen Metropolen gehen, weil da wird nämlich das Geld eigentlich gebraucht. Nämlich das Geld wird gebraucht, um zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Diebstahl hier einen neuen Tunnel zu bauen, weil wenn wir den nicht bauen, dann kriege ich die Züge nicht in den Hauptbahnhof rein und nicht wieder raus. Und dann kann ich auch nicht mehr Bahnverkehr organisieren nach Hamburg, obwohl die Leute wollen ja nach Hamburg rein. Und da einen Konsens zu schaffen und auch einen Konsens zu schaffen, dass wir diesen Infrastrukturausbau gemeinsam brauchen, weil die Eisenbahn ein sehr stares System ist. Wenn irgendwo das gleich zu eng ist, passt gleich echt viel weniger durch. Das muss das Ziel sein. Insofern, ja, diese Hörerin oder diese Leserin oder Schreiberin hat sehr recht. Und wir müssen uns da alle gemeinsam im Riemen reißen, dass wir das auch tun. Das wird mich vor Ort auch ein bisschen wehtun. Okay, aber es wird Initiativen und Gespräche geben dazu. Es gibt Gespräche dazu und ja, die sind auch intensiv. Ja, okay. Ich muss auf einen Punkt noch zu sprechen kommen. Nächstes Stichwort, was Sie mir geliefert haben. Hamburger Hauptbahnhof und die Kapazitätsgrenzen diesbezüglich. Die Frage hatte ich mir eigentlich bis zum Schluss aufheben wollen, aber ich stelle sie dann jetzt schon an dieser Stelle. Eine westliche Elbquerung mit der Bahn. Sie wissen, das ist letztes Jahr hier aus dem Hamburger Süden mal als eine Vision in den Raum gestellt worden. Ist das für Sie in absehbarer Zeit eine Option? Denn das würde nicht nur die Verkehrssituation hier im Hamburger Süden maßgeblich verbessern können, sondern tatsächlich auch zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs beitragen können. Also Stichwort S-Bahn-Ring. Dazu muss man, also es gibt ja in Hamburg häufiger die Kritik, die gibt es auch nicht nur aus dem Süden. Die sagen, man müsst ja eigentlich immer alle Verkehre über den Hauptbahnhof führen. Und da gibt es auch was Wahres dran. Wir haben in Hamburg zu wenig Tangentialverbindungen. Und das gilt auch für diese Verbindung aus Süderelbe, ich sage mal in Richtung Altona. Umgekehrt muss man sich aber auch immer folgende Frage stellen, die lautet, wo wollen die Leute eigentlich hin? Und dazu muss man dann wissen, das ist zwar jetzt verkehrt, die ich untersucht, aber ich wage immer eine Prognose und bin mir ziemlich sicher, dass sie zutrifft. Die meisten Leute, die aus Süderelbe Richtung Hamburg fahren, wollen eher Richtung Hauptbahnhof als Richtung Altona. Und zwar in einem Verhältnis, das sehr deutlich ist. Und wenn Sie dieses Verhältnis haben, dann ist die Frage immer zweierlei. Ist das dann richtig, eine Verbindung Richtung Altona zu bauen? Und die andere Frage ist, ist das finanzierbar? Das wird jetzt ja der Deutsche Bundestag oder das wird ja auch in Auftrag des Deutschen Bundestages jetzt untersucht. Aber das ist, wenn ein Projekt, was wirklich einen sehr, sehr lang gestreckten Zeithorizont hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, auf den ich... Hören Sie mich noch? Ja. Die Hintergrundgeräusche waren geradeaus deswegen. Der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist folgender. Die Harburgerinnen und Harburger sagen zu Recht, bitte sorgt dafür, für mehr Betriebsstabilität und Qualität und Pünktlichkeit der S-Bahn nach Harburg und führt eine neue Linie, die S32, nach Harburg ein. Dafür laufen die ganzen vorbereitenden Maßnahmen. Man muss dazu wissen, dass es nicht so einfach ist, das zu verändern, weil der eigentliche Grund, warum das jetzt nicht morgen früh passiert, ist die Infrastruktur, die einfach alt ist. Und es dauert, die zu ersetzen. Da arbeiten wir aber auch extrem intensiv dran. Das ist etwas, wo was sozusagen, ich sag mal, innerhalb der nächsten Jahre die S-Bahn-Situation, die Bahn-Situation in Harburg erheblich verbessern wird. Und, oder das hoffen wir zumindest alle, dass das so eintritt dann. Und das ist etwas, was aber in einem überschaubaren Zeitraum passieren wird. Und das ist das, wo die Leute tatsächlich hinwollen, nämlich zum Hauptbahnhof. Und deswegen ist ein bisschen die Frage, ob es so sinnig ist, sich zu überlegen, dass man noch eine andere Elbquerung macht an Orte, wo sozusagen zumindest weniger Menschen hingehen. Das wird jetzt aber der Deutsche Bundestag untersuchen oder diese Studie untersuchen. Aber Sie hören schon daraus, dass ich sozusagen momentan die politischen Prioritäten auch im Interesse Harburgs eher auf anderen Themen sehen würde. Ja, okay. Aber Herr Falk, wir könnten ja auch die U4 weiter verlängern Richtung Harburg. Könnten wir tun, ja. Darf ich das als Versprechen verstehen? Naja, das ist, ich meine, bekannt ist ja, wir haben ja, als wir Elbrücken jetzt neulich nochmal den Sprung oder den kleinen Grasbrug vorgestellt haben, dass wir dort in einer Machbarkeitsuntersuchung drin sind. Das wird aber zunächst mal nur den Sprung auf den kleinen Grasbrug beinhalten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Da gibt es zahlreiche Vorstellungen. Da sind wir aber ehrlicherweise noch gar nicht durch. Und ich kann nur nochmal auch in das gleiche Horn wie Agnes Diaks blasen, dass es so ist, dass wir uns schon nochmal vor Augen führen müssen, was haben wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren vor der Brust. Und da ist, glaube ich, wenn Sie sich nur ansehen, was Hamburg vorhat, in Richtung, es soll eine U5 gebaut werden. Wir haben einige Streckenverlängerungen. Wir haben S-Bahn-Linien. Und wir wollen parallel bis 2030 auch noch den Hamburg-Takt durchführen, was ja massive Angebotsausweitung beinhaltet. Und das kleine, aber feine Thema Digitalisierung der Schiene. Weil das kann ich nur aus der Praxis nochmal bestätigen. Das ist auch so eine ziemlich verquere Diskussion, die mir in Bergedorf im Übrigen auch des Öfteren begegnet. Ich wohne ja in Bergedorf. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch, wo relativ schnell ich von Beginn an hier gefragt wurde, ob es irgendwie möglich ist. Insofern ist die Situation, finde ich, mit Hamburg ziemlich vergleichbar, ob man nicht eine U-Bahn-Strecke nach Bergedorf bauen könnte, wo ich immer, wo meine Frage ist, wieso soll ich eine U-Bahn-Strecke nach Bergedorf bauen? Ich habe da eine super S-Bahn-Anbindung. Ja, aber die funktioniert auch nicht perfekt. So wie ich sage, aber dann kann auch die Lösung nicht sein, eine neue Infrastruktur zu bauen, sondern ich muss schauen, wie ich auf der vorhandenen Linie einfach viel, viel mehr Effizienz und viel, viel mehr Stabilität hinbekomme. Und da ist tatsächlich, und da ist ja jetzt im Rahmen verschiedenster Projekte unter anderem die Strecke nach Bergedorf, eines der Musterprojekte für die DB im Sinne der Digitalisierung der Schiene. Und wenn man das hinbekommt, dann bekommt man auf der vorhandenen Infrastruktur und das wird nach Hamburg genauso sein. Und es ist im Übrigen bei der U-Bahn genau dasselbe Thema, dass sie auf einmal auf derselben Infrastruktur mit neuer Technik in der Lage sind, ganz andere Takte zu fahren. Und das macht dann richtig Sinn, weil sie natürlich richtig Kapazität schaffen und ist aber im Übrigen auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt der viel, viel bessere und schnellere Weg und monetär sowieso, als immer über neue Strecken nachzudenken. Deswegen versuche ich gerade immer eher für Realismus zu sorgen und würde sagen, also wenn Hamburg das in den nächsten 10 bis 15 Jahren schafft, was wir momentan alles in der Pipeline haben, dann ist das für Deutschland schon nahezu rekordverdächtig und es ist vollkommen unrealistisch zu denken, dass man die nächsten 10 oder 15 Jahre noch on top irgendwelche weiteren Projekte umsetzen oder bauen könnte, ohne andere rauszunehmen. Das muss man immer sagen. Prioritäten mögen sich verschieben, aber das ist ein riesen Paket, was man sich da vorgenommen hat. Und die U5 nur als Beispiel, ist ja das größte innerstädtische Infrastrukturprojekt in Deutschland mit Abstand. Und natürlich hat eine Dimension, die für Hamburg bahnbrechend ist an der Stelle. Und das letzte Mal, glaube ich, vor 40 Jahren oder so angegangen wurde. Also das darf man immer nicht vergessen bei diesen Diskussionen. Vielleicht darf ich noch eine Sache hinzufügen, Herr Krüger. Das, was auch immer übersehen wird, ist bei diesen Diskussionen, dass die S-Bahn und die U-Bahn nach Harburg, wenn sie denn gebaut werden würde, ein anderes Betriebskonzept hätten. Das ist mir immer sehr wichtig zu betonen. Die U-Bahn würde ja fahren über den kleinen Grasbrook, dann wahrscheinlich zum Stübenplatz, dann da irgendwie so ein bisschen die Georg-Willem-Straße, über oben drüber oder unten drunter, runtergondeln, dann irgendwie da zur S-Bahn-Willemsburg, dann durch Kirchdorf. Dann macht sie da vielleicht noch einen Halt in Willemsburg, dann kommt sie irgendwann auf die Binnenhafen und dann vielleicht zur S-Bahn-Arburg-Rathaus oder sonst wo hinten, keine Ahnung. Und da sehen Sie schon, die S-Bahn hat ein Betriebskonzept, das sagt, ich habe genau eine Station in Willemsburg, das ist die S-Bahn-Willemsburg. Ich habe eine Station auf der Vettel und bin auf dieser ganzen Insel, die nämlich wirklich groß ist, mit zwei Stationen durch und habe eine ganz andere Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich da in Heimfeld einsteige, bin ich in einer, die Hörer und Zuschauer wissen es wahrscheinlich besser, aber in einer wirklich konkurrenzlos guten Geschwindigkeit am Hamburger Hauptbahnhof und dann ehrlicherweise auch an der, keine Ahnung, Holzstraße, Sternschanze, wo auch immer Sie sonst hinwollen, Jungfernstieg. Und wenn Sie sozusagen jetzt mal sehen, dass da so eine U-Bahn langfährt, die ist dann schon eher, sag ich mal, eine kleinteiligere Verbindung. Und das ist eben auch ein anderes Konzept. Und deswegen ist das eben nicht so, wir bauen jetzt noch eine Infrastruktur und noch eine Infrastruktur, sondern man muss eigentlich sagen, das Konzept, wenn die S-Bahn nach Harburg gut läuft, ist ein wirklich gutes Konzept. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass man das hinkriegt, dass diese Strecke vernünftig funktioniert. Und dann sagen ja auch 140.000, 150.000 Passagiere, das sind 40 Prozent der Hamburger S-Bahn-Nutzerinnen und Nutzer, sagen ja auch, das ist ein gutes Konzept, weil sie das benutzen. Und das muss der Kern der Infrastrukturaufgabe nach Harburg sein. Das wäre mir sehr wichtig. Und alles andere führt eher dazu, dass man dieses Thema weiter vor sich her schleppt und man es nicht richtig löst. Und das ist das dringende Thema nach Harburg aus meiner Sicht. Ja, okay. Dankeschön für die ausführlichen Erläuterungen. Also wir können festhalten, jenseits der Frage von neuen Schienensträngen, es wird definitiv in den nächsten zehn Jahren deutlich Verbesserungen der Verkehrssituation geben. Wunderbar. Ich würde gerne jetzt das Infrastruktur hier vielleicht mal kurz zumindest verlassen und auf andere Fragen der Mobilität zu sprechen kommen. Herr Falk, versucht macht klug, sogenannte Reallabore gelten als der Weg der Erkenntnis. In Hamburg läuft derzeit das Reallabor Digitale Mobilität. Können Sie uns kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt und welche Erwartungen knüpft die Hamburger Hochbahn daran? Ich darf hinzufügen, dass Sie auch Mitglied der neuen Plattform Mobilität sind, die beim Bundesverkehrsministerium aufgehängt ist und dort mitwirken. Daraus ist diese Idee ja entstanden. Aber erklären Sie uns bitte, was genau dahinter steckt. Ich dachte, Sie erläutern noch mal kurz Ihre Rolle in dem ganzen Projekt. Das mache ich im Anschluss. Achso, wollte ich gerade sagen. Also dahinter steckt der Gedanke, dass die Mobilitätswende und die Themen, über die wir auch gerade diskutiert haben, natürlich in ganz Deutschland, wenn wir nur in Deutschland bleiben, in Deutschland diskutiert werden. Man ehrlicherweise sagen muss, dass aber es überhaupt gar keine Blaupause dafür gibt und keiner auch einen Masterplan hat, weil es noch nie gemacht wurde und wir über bestehende Infrastrukturen reden, die in großen Metropolen Schritt für Schritt für Schritt sich anders connecten müssen und anders entwickeln müssen. Und wenn man diese Erkenntnis hat und den Willen dazu, und das hat Hamburg an der Stelle, dann ist vollkommen klar, dass man sich als Modellregion, das hat Hamburg gemacht, bereit erklärt und sagt, wir wollen eigentlich die nächsten zehn Jahre, der Weg ist das Ziel, Schritt für Schritt Dinge testen, in kurzen Abständen, um dann zu schauen, welche Dinge funktionieren und welche Dinge funktionieren nicht und was muss man verändern und wie sind die Wirkungen dahinter. Und für solche Themen macht man Reallabore, die an Hamburg gerade auch unter dem Stichwort IT als Weltkongress, also ich glaube, in Hamburg laufen in Summe 200 Projekte momentan, die mit vielfältigsten Themen zu tun haben. Und aus dem Reallabor ist in der Tat, es ist ja auch diese nationale Plattform berät die Bundesregierung und die Bundesregierung möchte gerne wissen, was müssen wir eigentlich tun? Und zwar auch in Richtung Randbereiche der großen Metropolen und ländliche Regionen, sodass da die Idee entstand, und das ist das, was in Hamburg gerade läuft, zu sagen, lass uns da Projekte machen. So kommt ja auch Ihre Region ins Spiel, dass wir eben wirklich On-Demand-Services mit Ioki mal dahin gebracht haben, wo sie verkehrlich Sinn machen, aber aus dem eigenen Geschäftsmodell noch nicht hinkommen, um das zu probieren, um dann die Wirkung wissenschaftlich zu begleiten und dann das Ganze, das wird hier das Besondere sein, dann auch so zu simulieren, dass man mal alle Projekte, die in Hamburg laufen, auf eine Plattform einspielt und versucht zu simulieren, wenn die jetzt alle Erfolg hätten, wie würde sich das Mobilitätsverhalten in Hamburg und in der Metropolregion verändern, um da Ableitungen zu treffen, die sowohl inhaltlicher Natur sind, als auch für die Bundesregierung jetzt wieder wichtig, was muss man eigentlich steuerlich tun? Zum Beispiel Stichwort ist auch, hier wird ein Mobilitätsbudget in Kürze mal probiert werden. Was muss man für die Arbeitgeber tun, damit man Dinge entwickelt, die dann auch auf die Mobilität, die ja nicht nur von der Technik geprägt ist, sondern natürlich auch inzentiviert werden kann, gerade über steuerliche Hebel, um dort Ratschläge zu geben und Hamburg will das hier Schritt für Schritt die nächsten Jahre machen, um so dann auch selber schlauer zu werden und auch Wissen weiterzugeben, damit dieselben Fehler, die hier vielleicht auch gemacht werden, nicht an anderer Stelle nochmal gemacht werden. Das ist der Hintergrund. Jetzt nicht ganz so eine kurze Antwort, aber ich hoffe, dass das deutlich wird, was damit verbunden ist. Ja, okay. Ja, ich will das gerne ganz kurz auflösen. Wir sind ja in einem Teilprojekt dabei bei dem Reallabor. Es geht um einen Shuttle-on-Demand-Verkehr, der seit Dezember letzten Jahres in der Winsener Elbmarsch eben on-demand fährt. Und das Projekt ist erfolgreich gestartet, wird gut angenommen sein aus der Bevölkerung. Und natürlich wird es dann irgendwann um die Frage gehen, kann man sowas im ländlichen Raum dann auch mittel- bis langfristig auferreicht erhalten. Spannendes Thema, ohne Frage. Und ohne solche Projekte, ich glaube, das kann man hinzufügen, wird es vielleicht weitaus länger dauern, tatsächlich neue Angebote in den Start zu bringen. Vielleicht auf ein Projekt möchte ich nochmal zu sprechen kommen, Herr Falk. Und zwar ist das Switch, die Plattform zur Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger. Ich glaube, wenn wir die Frage des Komforts betrachten, ein ganz wesentlicher Punkt, um letztlich auch die Angebote integriert darzustellen und für den Benutzer einfach was zugänglich zu machen. Wo stehen wir da aktuell? Und wäre es nicht wünschenswert, so ein Angebot per App dann nicht nur für eine Stadt zu haben, sondern bundesweit am Ende so etwas zu verknüpfen? Also am Ende mit Sicherheit. Also hier ist es auch wieder so, dass man zunächst mal sagen muss, irgendjemand muss ja mal loslegen damit und muss versuchen in seiner Stadt, und das ist das, was wir versucht haben und was wir mit HV4 Switch versuchen, mal jetzt bis Ende des Jahres alle wesentlichen Mobilitätsdienstleister inklusive ÖPNV in einer App verbunden zu haben, um dann zu schauen, welche Klientel ist da ansprechbar, welche Mehrwerte kann man daraus generieren, weil das ja die eigentliche Mobilitätswende ist, weil wir auch in der App-Welt natürlich und bei den Plattformen aktuell total getrennte Welten haben. Und Sie sprechen das an, am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass das auch bundesweit in einer Plattform nachher sich wiederfindet, aber wer die Plattform Ökonomie halbwegs begriffen hat, weiß, dass man erst mal klein anfängt, deswegen fangen wir erst mal mit Hamburg an und dann kann man das immer noch hoch skalieren. Und das ist ja ehrlicherweise auch schwer genug, weil man hier sagen muss, dass neben den technischen Themen vor allen Dingen wiederum das Thema Business-Modelle eine Rolle spielt, weil natürlich das Problem ist, dass viele Dienstleister, die unterwegs sind, die Wettbewerber am Markt sind, sich nicht gegenseitig in die jeweiligen Lösungen integrieren lassen. Und hier kommt jetzt auch die Rolle der Hochbahn zutage, dass das mit uns, weil wir nicht direkte Konkurrenzen sind und über die Stadt sozusagen das auch als Modellprojekt triggern und es auch verbinden mit Infrastruktur, weil wir ja Switchpunkte in der Stadt haben, ist da ein Gesamtpaket entstanden, dass eben doch viele Dienstleister, die es sonst nicht machen, hier mitmachen und sagen, okay, wir lassen uns hier mal integrieren. Und dann wird es halt darauf ankommen, da müssen wir, würde ich mal sagen, so in einem, anderthalb Jahren mal abrechnen und schauen, ist das wirklich etwas, was dann Kundenzahlen erhöht oder war das ein guter Gedanke, aber es funktioniert am Markt nicht, aber da werden wir alle schlauer werden. Ja, okay, danke schön. Herr Tjax, komme zurück nochmal auf eine Frage, die wir schon behandelt und angerissen haben zumindest, die vielen Baumaßnahmen, die jetzt anstehen, schon laufen und in den nächsten Jahren noch hinzukommen. Wir haben jetzt viel über die Zukunft gesprochen, aber konkret mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre, was unternimmt Ihre Behörde, um mit diesen Themen umzugehen und Abhilfe zu schaffen, um die Mobilität, gerade die Anbindung hier aus dem Hamburger Süden Richtung Norden, nördlich der Elbe aufrechtzuerhalten. Naja, der Punkt ist schon, dass, wenn Sie mal betrachten oder wenn die Öffentlichkeit sehen würde, welchen Aufwand wir betreiben, um tatsächlich Baustellen zu koordinieren, dann würden, glaube ich, wäre Sie schon sehr beeindruckt, weil in der Tat wird da sehr viel hin und her überlegt und auch gerungen Maßnahmen kurzfristig abgesagt. Und das Ganze ist ein komplexes Verfahren, weil ich schon bereits sagte, wir haben so ein bisschen das Problem, dass die Infrastruktur in Hamburg an vielerlei Stellen einfach kaputt ist und dann häufig auch die Infrastruktur, die man selber gar nicht so sieht, kaputt ist. Also ich will mal ein Beispiel geben, die Elbe Chaussee wird jetzt saniert, aber eigentlich wird nicht die Elbe Chaussee saniert, sondern vor allem das Wasserrohr unten drunter und das versorgt nur 100.000 Menschen mit Frischwasser und ist leider nach 100 Jahren einfach am Ende seiner technischen Lebensdauer angelangt. Und das ist der Hauptgrund, warum diese Baumaßnahmen, obwohl wir sie in der Zeit halbiert haben, so lange dauert. Und was man sozusagen konkret tun kann, ist natürlich zu versuchen, dass man immer eine leistungsfähige Umleitungsstrecke hat und dass wir sozusagen versuchen, die Themen aufeinander abzustimmen. Also was wir sozusagen in Bezug auf Hamburg gemacht hatten, wir hatten jetzt ja, ich glaube, vor zwei Wochen war das die 79-Stunden-Sperrung des Elbtunnels. Und dort ist es natürlich nicht nur so, dass wir drei Brücken abgerissen haben oder zur Hälfte abgerissen haben, erst geteilt haben, dann zur Hälfte abgerissen haben, sondern gleichzeitig diverseste Maßnahmen quasi im Windschatten dieser Baumaßnahme mit erledigt haben. Und dass wir versuchen, eine gute Verkehrsführung zu machen, die sich im Übrigen in vielerlei Hinsicht am Elbtunnel auch dadurch erschöpft oder dadurch ein Element hat, dass das Tempo schon deutlich vor dem Elbtunnel gesenkt wird, um den Druck auf den Elbtunnel selbst zu verringern. Das zweite Thema, was wir machen müssen, ist, das kann ich mal am Beispiel Harburg erklären. Ich habe ja sozusagen, das ist ja eine sehr leidliche Baustelle, die für viele Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht so bekannt ist in Hamburg, aber umso mehr immer ein Thema ist. Das Thema Esdorfer-Heuweg ist ja auch so ein Thema, das haben wir jetzt übernommen, was so ein bisschen so eine so eine Endlosgeschichte hat. Aber wir haben quasi ja damals nach dem ersten Bauabschnitt den Bauvertrag mit der entsprechenden Firma gekündigt, auch im Einvernehmen beendet, weil wir gesagt haben, das geht so nicht weiter, weil das Problem ist, dass wir mit der Baustelle kaum vorangekommen sind, die Ewigkeiten gedauert hat und gleichzeitig die Kosten explodiert sind. Und das hat was damit zu tun, wie die Verkehrsführung gemacht worden ist. Und wir haben dann in einem intensiven Gespräch mit der Politik vor Ort eine Lösung gefunden, die dazu führt, dass die Schule zugänglich ist, dass die Anwohnerinnen und Anwohner jederzeit zu ihren Häusern kommen können, indem wir quasi neben die Baustelle so eine Art Baustraße gebaut haben, wo die Anwohnerinnen und Anwohner fahren können. Allerdings ist die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und ich glaube aber, dass seitdem ist da sozusagen weitestgehend, ich will nicht sagen Ruhe, das regt bestimmt Leute auf, aber auch immer die Situation ist da deutlich befriedet. Und man muss sich da sehr intensiv mit den Baumaßnahmen beschäftigen. Ich will aber auch nicht verhehlen, und das ist jetzt mal völlig unabhängig von der A7 und dem Ehzdorfer Heuweg, dass wir sozusagen aus meiner Sicht ein grundsätzliches Problem haben. Und das grundsätzliche Problem neben der Instandhaltungsstau der Infrastruktur ist, dass wir schlicht und ergreifend zu viel Verkehr auf zu wenig Fläche haben. Also das ist eine relativ einfache mathematische Formel. Und man muss dazu wissen, da habe ich jetzt keine Daten für Harburg speziell im Kopf oder für Süderelbe, aber in Hamburg gesamt, wozu die Gebiete hier auch gezählen, ist es so, dass die Verkehrsleistung pro Tag in Hamburg von 60 auf 70 Millionen Personen Kilometer gestiegen ist innerhalb von zehn Jahren, also von 2008 bis 18. Und da sehen Sie, das ist eine erhebliche Steigerung, die damit zu tun hat, dass jeder einzelne mobiler geworden ist und dass wir viel mehr Menschen in Hamburg leben. Wenn sie aber, wenn jeder einzelne mobiler wird, also die Wege pro Tag länger werden und gleichzeitig mal mehr Menschen in seinen Mauern hat, dieselbe Verkehrsfläche zur Verfügung hat, dann steht man im Stau, Komma, es sei denn, der Einzelne oder die Einzelne verbraucht weniger Fläche. Und das ist die Mobilitätswende. Weil der Umstieg vom Auto, eigenem Auto in ein Bus oder ein Carsharing oder aufs Fahrrad oder in die Bahn führt natürlich genau dazu, dass man weniger Fläche verbraucht. Und deswegen ist die Mobilitätswende auch der Garant dafür, um überhaupt in Hamburg die Mobilität zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Und deswegen sollten auch Menschen, die Auto fahren, die Mobilitätswende nicht als etwas betrachten, was für sie grundsätzlich schlecht ist, sondern sie sollten das als das betrachten, dass es ein sehr wertvoller Beitrag auch für sie ist, um die Mobilität auf den Straßen überhaupt aufrechtzuerhalten. Weil wenn man das nicht machen würde und man muss sich einfach nur vorstellen, was passieren würde, rein gedanklich, man würde die S-Bahn nach Harburg einstellen und die fahren alle mit dem Auto, die Menschen. Was dann für ein Stau wäre, das muss man sich, kann man sich, glaube ich, sehr leicht ausmalen. Und deswegen, die Mobilitätswende ist, das dritte Punkt, die Voraussetzung für mehr Mobilität. Ja, okay. Küpfen wir so ein bisschen an, an unsere erste Frage, die wir hier behandelt haben, Mobilitätswende im Allgemeinen. Diesbezüglich gibt ja Push- und Pull-Maßnahmen. Welche favorisieren Sie denn? Naja, natürlich ist, also ich glaube, das sind immer zwei Seiten einer Medaille und natürlich sind die leichteren Maßnahmen die Angebotsmaßnahmen, das ist doch völlig klar. Es ist ja auch so, wenn Sie jetzt mal wieder bei diesem Beispiel bleiben, wenn ich möchte, dass weniger Menschen aus Hamburg nach Hamburg mit dem Auto fahren und dementsprechend im Prinzip die Willensburger Reichsstraße zurückgebaut werden kann, deswegen, weil da kein Mensch mehr fahren muss, muss ich natürlich eine S-Bahn anbieten, die diese Personenstrom aufnehmen kann. Das ist ja mal die Mindestvoraussetzung dafür. Oder ich muss ein Gesellschaftsmodell organisieren, wo die Leute sagen, ich muss viel weniger fahren. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, mit der Kraft, die Corona auch entfalten kann, weil Corona das erste Mal den Blick auch darauf lenkt, auch bei der Mobilitätswende, dass wir nicht nur, sagen wir mal, Verkehr umverteilen, irgendwie von Auto aus Fahrrad oder von Auto aus Bus, sondern dass man auch mal sagen kann, vielleicht brauchen wir auch weniger Verkehr, weil die Leute zu Hause sitzen da ja auch ganz glücklich sind, dass vielleicht ihrem Familienleben sogar noch entgegenkommt und sie nicht jeden Tag eine Stunde zur Arbeit hin und eine Stunde zur Arbeit zurückfahren müssen. Aber eigentlich brauche ich erstmal die Angebote und dann ist es natürlich auch umgekehrt so, ich muss auch andere Themen unattraktiver machen, aber in dieser Reihenfolge und ich glaube, das ist auch leichter zu verkaufen, dass wenn Sie, ich nehme jetzt mal die Hannoversche Straße in Harburg, da bauen wir jetzt oder das Bezirksanbau da die erste Protected Bike Land, also einen besonders geschützten Radfahrstreifen von einer ordentlichen Breite hin und dann verstehen die Leute auch, wovon man den Platz braucht und ihn gegebenenfalls auch vom Autoverkehr wegnimmt. Wenn ein anderer guter Verkehrsträger, den Sie gerne benutzen, dafür gestärkt wird, das kann das Rad sein, das kann der Bus sein, das kann die Bahn sein, dann ist das, glaube ich, nachvollziehbar. Okay, danke schön. Ich schaue einmal auf die Uhr. Wir haben gleich 50 Minuten miteinander gesprochen, viele Dinge, viele Inhalte angeregt. Ich würde dann auch ganz gerne zum Ende kommen und vielleicht dann abschließend, auch wenn wir das Eingang schon mal mit Blick auf die zehn Jahre behandelt haben, doch noch eine Aussage von Ihnen hören, wie Ihre persönliche Mobilitätsvision für Hamburg denn aussieht. Sagen wir mal, ein bisschen über zehn Jahre hinaus auch gedacht, möglicherweise, weil Sie haben ja schon angesprochen, bis dahin haben wir schon eine Menge zu tun. Wie sieht es aus in der Zukunft? Bitte. Hendrik, bist du? Also wir haben es geschafft, ein Mobilitätssystem, ein neues Mobilitätssystem in Hamburg und Metropolregion zu etablieren, was es wirklich weitestgehend entbehrlich macht, ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Und das heißt konkret für den ÖPNV, dass es gar keinen Fahrplan mehr gibt, weil es so häufig alles fährt, dass Sie nur noch hingehen müssen und Sie wissen, es kommt was. Und dass Sie vor allen Dingen über autonome, auch On-Demand-Systeme eine Einbindung von Dingen haben, die näher am PKW sind, dass Sie Ihre normalen Lebenssituationen damit abfedern können und freuen uns alle über den umverteilten und gewonnenen Platz, den wir dann für viel bessere Dinge einsetzen können, als für Straßen mit vielen PKWs. Ja, danke schön, Herr Falk. Ich glaube, das würde Herr Tjag sofort zu unterschreiben. Es gibt aber einen Punkt, den Sie gerne noch anfügen wollen. Ja, wir haben ja hier viel über den Infrastrukturausbau der Bahn gesprochen. Und ich glaube, dass wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, wo kommen wir als Hamburg und auch als Harburg her? Nämlich davon, dass wir an dieser Stelle die letzten 40 Jahre wirklich nicht so viel getan haben. 1980 ungefähr ist die letzte Straßenbahn. Hamburg hatte übrigens mal ein Straßenbahnnetz von 280 Kilometern abgebaut worden. Und seitdem ist sie zweimal von meiner Partei erfolglos eingeführt oder versucht worden, erfolglos einzuführen. Das hat dazu geführt, auch diese ganzen Diskussionen, brauchen wir eine Stadtbahn, eine U-Bahn, wollen wir die S-Bahn ausbauen, dass wir in Wahrheit kaum die Schieneninfrastruktur ausgebaut haben als Stadtbahn, abgesehen davon von so einem kleinen Stummel U4 in die Hafencity und vielleicht so ein bisschen S-Bahn nach Stade. Und das ist etwas, was nie wieder passieren darf. Und deswegen bin ich auch so klar in der Frage, man kann ganz viele sich neue, tolle Projekte ausdenken. Und wissen Sie, ich habe die auch alle schon im Kopf. Sie sind auch zum Teil in Beschlüssen schon angelegt. Zum Beispiel in Hamburg prüfen wir jetzt ja gerade ab, wenn die Güterumgehungsbahn vielleicht auch für den Schienenpersonennahverkehr nutzen kann. Man kann natürlich darüber reden, dass man die U4 aus der Horner Gs nicht nur nach Harburg weiterführt, sondern auch nach Jenfeld weiterführt, ein Stadtteil mit auch 35.000 Menschen ohne Schienenanbindung. Man kann über ganz viele Themen reden, die haben ja auch alle schon im Kopf. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Sie einen erstens nicht davon ablenken, dass man jetzt ein Infrastrukturprogramm vor der Brust hat, dass wenn wir das jetzt nicht bauen, wir zehn Jahre wieder verplempert haben. Und das Zweite ist, dass wir niemals wieder aufhören, den Schienenverkehr auszubauen und zwar in einem großen, großen Umfang. Weil nur, wenn das richtig, wenn das zwei Generationen machen, dann kommt man in einen Punkt, wo sich das Schienensystem wirklich richtig krass verbessert hat. Und das führt dazu, dass wir da wirklich vorankommen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass es da auch einen parteiübergreifenden Schulterschluss in der hamburgischen Bürgerschaft für gibt. Und dass alle verstehen, wir müssen jetzt daran festhalten, das zu tun, weil von Plänen alleine wird überhaupt niemand transportiert und sparen Sie kein einziges CO2-Molekül ein. Und das hilft dann gar keinem mehr. Okay, danke schön. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt viele Aspekte und Themen angerissen, wobei wir, und das liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht alle Themen und Fragen zur Mobilität haben beleuchten können. Aber, und wir spüren das ja alle, das Thema Mobilität brennt den Menschen unter den Nägeln. Es geht einfach um eine zentrale Frage, die für unsere Gesellschaft eben gelöst werden muss mit den Herausforderungen, mit Blick auf die Zukunft, Stichwort nochmal CO2-Reduzierung. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für diesen Austausch. Wir bleiben im Gespräch, in dem Fall, das kann ich zusagen und versprechen. Und von Ihrer Seite unterstelle ich einmal Gesprächsbereitschaft zu allen Fragen und Themen, die den Hamburger Süden und das heißt nicht nur zur Karburg, sondern auch die angrenzenden Niederlandkreise betreffen, angehen. Ja, Dank gilt auch an die Teilnehmer, an den Monitoren. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir wollen dieses Format gerne fortsetzen und ich würde mich freuen, wenn wir dann beim nächsten Mal vielleicht auch einen neuen Namen finden können, nämlich einen Post-Coronomics-Talk. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht, aber wir hoffen alle auf die Überwindung der Pandemie. Für alle, die keine Zeit hatten, diesem Streaming live zu folgen, nochmals der Hinweis, dass er auch über unseren YouTube-Kanal im Nachgang angeschaut werden kann. Entsprechender Link wird über unsere Homepage zur Verfügung gestellt werden und geben Sie uns gerne auch ein Feedback zu diesem vierten Chrononomics-Talk Mobilität über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und LinkedIn. Schließen möchte ich diesmal mit einem positiven Ausblick, nein, nicht diesmal, sondern wieder mit einem positiven Ausblick und zitiere mit Blick auf die nötigen Veränderungen den Dichter Friedrich Hebbel. Die Zeiten ändern sich und noch viel mehr die Menschen. Lassen Sie uns also Vertrauen in die Zukunft haben. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.